Hallo Leute und Herzlich Willkommen zu diesem allerersten Video hier von mir Ushergamer auf Youtube Es geht sofort los, wir spielen Minecraft, ihr seht es, Smash, ähm, ja, ich rede nicht lange drumrum, sondern einfach anzuspielen Boah, es ist spät und das Hirn setzt jetzt aus Brot! Ja, das ist mein allererstes Video hier auf Youtube, ich hoffe das kommt nicht an Ja, das war ganz schlecht Bevor ich weiter den Sounds nicht stemme Oh, ich bin tot, ähm, ja, in diesem Video geht es darum, dass ihr mich so ein ganz wenig bisschen kennenlernt, bis wenn das nächste Video rauskommt Ah, das sollte nicht lange dauern Ich bin jetzt eben noch so im fehlenden Modus und das könnte ein bisschen stirbt Kein besonderes Jetzt würde das ich selber Ah, ne, ich könnte es nicht hin Oh mein Gott, ey Nein, hehehe Mein, mein Kopfhörder, ok Ja, ähm, mein Skin habt ihr schon gesehen Das ist jetzt nichts besonderes Da folgt sicher noch auch was, aber ich habe jetzt einfach zwei Spiele und Oh, was eigentlich, ey, stolz drauf Hui Hintchen, nein, Buben Bubenskills auspacken Bubenskills auspacken Nein Bubenskills 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 Nein, das war nichts Camper Also ich bin Camper Ausgestorben Ja, ähm, ich öffne diesen Kanal hauptsächlich, weil ich einfach so Spaß dran habe, andere Leute voll zu quatschen Komm Komm, stirb Oh nein Nein Oh, was für eine tolle erste Aufnahme Nein, nein Hey, ich Sehen wir aber auch schon in der zweiten Runde Das R Schon vor Oh, Feuer Diesmal nur gegen einen Mitspieler, vorhin hatten wir ja einen ganz netten Lack Kennt man ja Auf einer Map, die ich vergleichsweise Hey, ich hatte die schon vorgeschaut Das ist ja cool Oder? Habe ich gegen die schon vorgespielt? Hey Ne, diese Map habe ich vergleichsweise echt schon, ähm, echt nur nicht so oft gespielt Ähm, sehr gerne spiele ich zum Beispiel Swamp Swamp Und ich bitte mal rücken Komm Nein, 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 ich sterbe, nein Okay, tot Hey, das Problem mit dem Kopfhärer Ich glaube ich hatte vorhin schon irgendein Thema, das ich ansprechen wollte Nein Ja, Flug gemacht, oder? Na ja Ich glaube es war das mit meinem, ähm, YouTube-Chat Oh, nee, nein, 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 nein Hey, das ist so, ich wette, das ist schon wieder so laut Bitte, bitte, ich sag's mir, wenn's so laut ist, weil ich kann Ja, perfekt, tschüss So Dann haben wir gut viel Prozent, damit letztlich gut kämpft Ey, raus Nein, nein, oh mein Gott Nein, ich bin eingesperrt Ja, das war eher schlecht Ja, das war eher schlecht Na ja Dabei kann ich ja mal gerade so erzählen, was denn jetzt auf meinem Kanal, was ihr erwarten könnt Und, äh, ja Kannst du mich irgendwie killen, oder so? Ist gerade ein bisschen schlecht Ich hoffe, ich habe auch die Entfernung zu meinem Mikrofon, ist nicht zu weit weg, weil Ja, ist toll, witzig, oder? Oh, du musst mich gar nicht bitten Und, der konnte sich retten Wie konntest du dich denn retten, Junge? Der konnte sich echt retten, ey Also, wie gesagt, wenn's zu laut ist, schreibt's mal irgendwo in diese Kommentare, wenn ihr das schon kennt Nein, das wäre echt cool, danke, das War ich sehr zu schätzen So, flieg Und er fliegt 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 Let's sing Mit Ashergän Irgendwie habe ich noch kein Konzept gefunden, zum moderieren Das ist so ein bisschen... Lass uns in der Höhle bauen Kannst du mal irgendwie sterben? Nein! Okay, geht Entschuldigung Kleiner Leck Lass uns ne Höhle bauen In der ersten Runde war ich besser Nicht flüchten Hier bleiben Ich dachte, wir wollen die Höhle bauen Können sie mich doch jetzt nicht zum Stich lassen Flieg Ja, komm, komm Raus! 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 Oh ne, das ist doch schade Raus! Wird hier nicht sein Zwar ganz toll und nett, wenn wir hier unten in der Höhle bauen, aber eher langweilig und anfällig Ja, komm Oh mein Gott Ne, ich wollte eigentlich nur ihn sehen Dann legst du natürlich sofort Hey! Einmal kleiner Ich musste nur einmal treffen, dann bist du down Äh, was ist denn das? Ja, wie ich es auch schon gesehen habe, spiele ich mit einem, ähm, anderen Ein bisschen anderen Tech-Shop-Back als ihr vielleicht gewohnt seid As Facts, As Facts oder Faithful oder sonst was Ja, das ist ganz witzig, wenn Komm! Combo des Todes! Gut, das geht noch Puff! Oh mein Gott, gerettet Gar nicht gut, 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 gar nicht gut Ziemlich schlecht, schon besser, 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 gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut Vielleicht könnte ich noch etwas zu meiner Person sagen, ja, ähm, ich höre mich jetzt noch nicht so alt an, also ich habe jetzt noch nicht die tiefen Stimme Stirb, 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 nein, ich bin nicht getragen, wenn ich könnte überlaufen Ich habe jetzt nicht die so tiefe Stimme, hey, das bringt nichts, ich habe eh schon maximalen Lockpack Ähm, ich bin aber tatsächlich 15 Ich bin nicht, ich bin kein 10-Läger mehr Ich will da nicht Ich will das nicht Steht doch einfach mal Junge Boah, die Sound sind einfach wieder viel zu laut und das Mikro von viel zu weit weg Ich weiß gar nicht, wo es ein Kropf ist Also doch schon Ja, jetzt Lass uns ne Höhle bauen Was jetzt cool wäre, wäre echt so ein Gibt das so Items, ähm, womit man die Void generatet, also Oh ne, das ist nicht gut Flieg, mal kleiner, flieg, oh ne, gar nicht gut Oh ne, überlebt es einfach da oben, wäre sicher ein Item gewesen, aber das ist nicht jetzt zu dumm Ja, komm, komm, komm Wieso hat der Wichse denn noch? Entschuldigung, kein Nein, hab ich nicht gesagt, hab ich nicht gesagt Kann ich auch nicht rauspepen, bin unfähig Ähm, wieso hat der denn nur noch so wenig Prozent? Also, wieso, wieso, hä? Oh mein Gott Das hat die gegeben, ha? Das hat die gegeben Loll, ich hab Hab ich echt, hab ich echt tausend Prozent? Ist das dein Ernst? Uh, nein, nein, weil ich nicht Oh, hi Ja, ich wollte noch was zu meiner Person sagen, nebenbei Ähm, hey, voll die Kombination Gott, oh, oh Gott, nein, oh Gott, nein, oh Gott, nein, oh Gott, nein, tu es nicht, tu es nicht Ja, genau, ich hab nämlich auch so ein ganzes, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ein nettes Soundpack drin, ne? Vielleicht, hoffentlich gefällt es euch, schreibt es doch einfach mal, wenn, oder, like this Ja, genau, über ein like würd ich mich sehr freuen, weil die Folge neigt sich halt leider auch schon dem Ende zu jetzt Wieso kann ich denn gar, wieso kann ich ihn denn nicht, den, will ich zoomen oder so? Ach komm In meiner allerersten Folge ist mir alles egal Das Muss nicht perfekt sein Es geht darum, dass es euch gefällt Für den, ist es wirklich Bleib mal stehen Okay Leider nicht geschafft, hey, aber Ich bin stolz auf meine erste Folge, dass das alles so okay gelaufen ist Wenn es euch so halbwegs gefahren hat, würde ich mich auf den Daumen nach oben freuen Und über einen Kommentar noch viel mehr Über ein Abo ganz riesig Und Hoffe, wir sehen uns Hi! Beim nächsten Mal wieder an GG für dich Und Ich hoffe, du besuchst uns bald wieder Ciao, ciao